so mein lieben rund freunde und freundin ich hoffe das geht euch gut ich hoffe ihr habt ein schönes roland gehabt es gibt eine neue rune diese woche und diese run t wars die kam seitwärts das heißt also geht bei t wars diese woche darum die balance zu halten zwischen unnötiger selbst aufopferung überdenken und zu viel nachdenken und ja aufopferung für das hören wohl sich blöd hat ist aber so t wars ist auch eine runde der justiz des krieges des rechts die runde der rechtschaffenen ist interessant im kontext mit ukraine und russland aber da will ich nicht näher darauf eingehen ja auf jeden fall ist diese woche wichtig diese balance zu halten zwischen unnötiger selbst aufopferung und eben diesen aufopferung für das höhere wohl tür hat ja seinen arm gegeben seine hand dass der fernungswolf gebunden werden kann darum geht es und das war es auch schon von t wars und der rune der woche danke fürs zusehen danke fürs zuhören habt alle einen schönen starten woche eine schöne woche und bis zum nächsten